So, hallo, wir sind jetzt hier in der Mall of the Emirates, das ist so die Mall am Platz, ist vor einiger Zeit quasi auch noch die größte, ist sie jetzt aber auch schon wieder nicht mehr. Und das ist aber die Mall, und deswegen bin ich jetzt hier hingegangen, in der es die Skihalle gibt. Also es wird sich gerade draußen, drinnen Minusgrade, und guck mal hier, ich zeige es euch kurz, im Sensor kann man sehen, hier ist direkt die Skihalle. Mit Lift, Schlüssenfahnen, Schiefer, komplettes Programm, Helm auf, und manchmal sieht man hier auch einen Scheich auf Skiern, aber jetzt glaube ich, jetzt geht mal für Arno was shoppen, mal gucken, was der Scheich so braucht.